So, willkommen hier zu Kirby Starlice. Ich bin Daniel von SimFansD. Schön, dass ihr reinschaut. Ich gucke mir heute das an für die Nintendo Switch hier. Ja, wir gucken mal rein, was das ist. Hier, drücke A. Ich habe es noch nicht geöffnet. Ich habe mal die Demo gespielt, ist aber schon ein bisschen länger her. Wir machen mal da einen neuen Spielstand. Und ja, oh. Oh, Rick, Kain und Kuh. Ah, das Kirby Streamland 2. Ja, ich habe damals das erste Kirby Streamland auf dem Game Boy noch gezockt. Das ist uralt. Ich glaube, keine Ahnung, irgendwas in den 90ern. Sehr cool. Und da gibt es jetzt auch wieder Updates. Das weiß ich, dass es hier neue Charaktere gibt. Und es gibt ja Kirby und seine Freunde. Und das ist nicht das Kaugummietier. Wow, okay. Sehr cool. Hi. Was sind die knuffig? Oder Kirby ist einfach geil, ne? Kirby ist einfach süß. Kirby ist einfach cool. Es gibt nun sechs Traumfreunde. Setze sie alle als Helfer ein. Okay. Im Story-Modus kannst du im Traumpalast Traumfreunde finden. Stelle dort das Team deiner Träume zusammen. Okay, wir gucken mal. Ich will jetzt mal starten hier. Ja. Ja, kann ich alles sammeln. Okay, wir gucken. Ich will jetzt hier loslegen. Was kann man denn hier jetzt machen? Story-Modus. Oder gibt es noch andere Modi? Was ist ein Hackmeister hier? Ja. Zusammenspielen kann man auch. Man kann auch mit einem Joy-Con spielen. Also wenn man dann Freunde irgendwie hat, kann man den einabdrücken. Und ich glaube, bis zu vier Spieler sind möglich auch. Sehr, sehr cool. So, wir starten den Story-Modus. Ganz viel Spaß euch hier. Ja. Uh. Bäm. Ist das cool animiert, oder? Wow. Oh, wie cool. Yay. Oh, der Baum. Oh, geil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich finde es total krass einfach. Also Kirby muss man einfach irgendwie lieb haben. Oh. Deckung. Oh nein. Ein schwarzes Herz. Was hat das zu bedeuten? Oh ne. It's so fluffy. So cool, oder? Yay. Yay. Sehr cool. Oder? Welt des Friedens. Das Dreamland. Okay. Ach, wie geil. Das ist 3D? Nee, jetzt ernsthaft? Oh, wie cool. Ja, ich komme mir schon zu alt vor, aber das bin ich ja auch. Jetzt kommen die ganzen Kommentare. Wie alt bist du? Nee, damals war es schwarz-weiß auf dem Game Boy. Ehrlich, kein Scherz jetzt mal. Ich habe mir das Screenshot, das habe ich gegoogelt. Und ich dachte, wow, sah das wirklich so schlecht aus. Ah, das sind ja die Level hier. Ach, wie cool. Oh, das ist ja toll. Was bringen die Sterne eigentlich? Was bringen die Sterne? Frühlingsfrische hier. Los geht's hier. Oh. Frühlingsfrische. Kirby saugt ein, was er einsaugen kann. Mit B kann Kirby Gegner einsaugen. Okidoki. Ach, ist das cool gemacht. Wow. Wow. Ah, zum Hüpfen hier. Yay, Tutorial. Wow. Oh, der kann auch fliegen. Wie cool. Bro. B. Oi. Zum Saugen und zum Schießen auch wieder B. Das ist ja easy hier gemacht. Sehr cool. Oh, das war daneben. Scheiße. Oder hätten wir das einsammeln müssen? Achso. Oh, ich hätte nach unten drücken sollen. Scheiße. Komm, ich saug dich mal ein. Kann man dich auch verschlucken dann, oder? Ja. Ja, das hätte ich jetzt machen sollen, ne? Das ist ja wieder Faili am Tutorial, Daniel. Wow. Da ist ein Nagi hier, der Pilz. Ich finde Kirby einfach cool. Kirby ist doch einfach... Kirby ist einfach der Coolste, ne? Ja, gut. Wissen wir ja, wie es geht. Weiter geht's, oder? Mann. Sauge Gegner für deren Power ein. Sauge Gegner mit einer Fähigkeit ein. Und schlucke sie dann mit dem Joy-Con nach unten. Wie heißt das Ding? Bombe. Der ist so geil. X. X. Was geht mit X an Herzi? Und jetzt? Tchaka. Ach, ist das cool gemacht, ne? Yay. Jetzt ist er in Party-Fritze hier. So. Gewinne neue Freunde mit einem Freund-Herz. Okay, das kann man mit X machen. Ach, ja. Ja. Ist das cool. Die knüpfen sich hier. Yay. Kirby. Okay. Dö, 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 dö. Okay. Mit X. Ah, jetzt haben wir den dabei hier. Sehr cool. Der Pippo-Peng heißt der. Pippo-Peng. Okay. X hier. X hier. Da. Yay. Das ist der Kibble. Ach, wie cool. Und jetzt hier dich auch, oder nicht? Komm, die schlucken wir mal. Machen wir das auch kaputt, oder? Kann man das auch kaputt machen? Das machen die schon für uns. Oh, wir können auch fliegen. Ui. Ja, geh mal aus dem Weg hier, Mensch. Das muss man nur mit A, ne? Oder? A und dann nochmal A. Okay, okay. Und jetzt hier da rausschießen. Boom. Aber das geht nicht. Das machen die schon für mich hier. Tududu. Ey, ich finde das so cool, weil ich das irgendwie als Kind gezockt habe, ne? Ich bin da total irgendwie buff. Ach, so, komm mal runter. Okay. Wow. Den kann man, glaube ich, doch. Kann man einsaugen. Wow. Ich dachte, der wäre zu fett zum Einsaugen hier. So, dann machen wir mal X hier, ne? Komm mal zu uns hier. Wow. Ist der Kibble der Zweite. So, dann kommen wir da hoch. Yay. Alle mal ziehen hier. Oh. Ah, alles gut. Yay. Nach oben. Da kommt schon wieder der nächste hier, gespawnt. Yay. Game over. Wenn Carrie besiegt ist und keine Versuche mehr ist, das Spiel beendet. Ah, das ist oben das Level hier. Okay. Acht Stück haben wir noch. Na, allzu dünn. Tududu. Sie hüftet immer über mich drüber hier. Kann man das nicht kaputt machen? Wie kann ich das denn kaputt... Ah, die Banane hier. Oh. X. Okay, machen wir. Finde einen Freund. Kontrollstück nach oben. Okay. Yay. Wähle den Freund aus, der doch Leo Luder ersetzt werden soll. Kommen wir mal an den Sir Kibble, den blauen. Oder? Yay. Hi. Und jetzt nach oben? Nach oben? Was muss ich jetzt machen? Ah, was macht der jetzt? Der macht jetzt dem seine Bombe zu Brutzelbomben. Ich will auch eine Brutzelbombe haben. Wieso habe ich keine Brutzelbombe? Brutzel-Boomerang hier. Angriff steigt. Ich will auch Brutzel. Ja, und die so... Was will der denn? Wie cool. Aber ich habe gar kein Schwert. Aber ich habe kein Schwert. Wieso haben die... Wieso ist da ein Schwert? Der hat ein Schwert. Den mache ich jetzt kaputt. Oh. Boom. Jetzt habe ich das Schwert. Sehr cool. Runterschlucken. Küsst du uns, oder? Oh. Wissen wir jetzt? Ich will auch ein Schwert. Ein brennendes Schwert. Yay. Ein Brutzelschwert, oder? Yay. Ein Brutzelschwert. Angriff steigt. Sehr gut. Yay. Boom. Wow. Du fackelst ja hier alles ab. Hier. Pass mal auf. Bam. Uiuiuiui. Und das hier oben auch wegmachen da? Ja. Ne. Die Kirsche jetzt hier. Was bringen wir die Kirschen und Bananen und was weiß ich alles? Ich weiß es nicht. Oh. Die Megabombe hier. Die müssen wir ab. Absäbeln hier. Pass dir auf. Geht weg. Sehr cool. Yay. Was ist das? Oh. Wie habe ich das jetzt gemacht? Mit dem Drehen? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Angreifen. Ah. Man kann das halten und dann? Ah. Man kann das halten und dann macht der so Loder hier drumrum hier. Geil. Eine feurige Waffe durch Freund Power. Hebe eine Waffe durch nach oben um einen Freund. Und okay. Wow. Ich will lieber fliegen. Ich fand das so cool, dass man da fliegen konnte. Ist auch so ein Kindheitstraum. Da von jedem glaube ich, oder? Bam, 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 bam. Dass man fliegen kann. Und ich fand das immer bei Kirby so geil. Ich weiß auch nicht. Ich verbinde das total irgendwie. Die, äh, ja. Komm, jetzt hier nochmal. Damit. Bam. Yay. Was haben wir da für Dinger da jetzt eingesammelt? Ich weiß gar nicht, was ich da alles einsammle. Was ich damit machen kann. Hör mal die Dinger da kaputt. Komm. Kann man die nicht kaputt machen? Oh, guck mal. Jetzt haben wir das so eine Melone oder was war das? Ja. Weg damit. Boom. Jetzt aber gerade noch so geschafft, hier unser, unser Leo Loder hier. So. Wir müssen da hoch wieder. Bist du für einer? Hier weg damit. Yay, was ist das? Oh nein. Sein Arsch hier. Weg mit deinem Arsch. Wow. Boah. Komm, wir haben nochmal hier dieses Ding hier. Dieses Loder-Ding hier. Das ist geil. Wow. Ey, was haben wir jetzt? Was ist das? Ich habe jetzt so eine... Was bin ich jetzt? Ein Blizzard-Bomben. Was? Ah. Ihr bekommt jetzt ein Blizzard-Schwert. Ein Blizzard-Boomerang. Okay. Ich will auch wieder. Ich will auch was. Ich will, ich will auch was. Jetzt kriegt er wieder Flammendinger. Ich will, ich will auch irgendwas haben. Ach, der ist ja cool. Der tanzt. So, guck mal, wie der tanzt hier. Ach, nö. Wie sweet ist das denn gemacht? Da kann ich nicht zu laufen. Haha. Wie geil. Sehr cool. Wow. Da ist ein Schatz drüber. Wie kriegen wir die auf? Was ist das? Alle kriegen hier ein Herzelein. Mr. Snowman hier. Ist eingefrozen. Ich finde es so cool. Das Spiel macht einfach gute Laune, oder? Das ist der Hammer. Na, aufpassen hier. Ui, ui, ui. Was ist das? Freezen. Das ist mal hier ein, hier alles, oder? Oh nein, mein Ding ist hier weg. Warte, warte, warte. Hier, stopp. Stopp. Runterschlucken. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen. Was haben wir da noch? Können wir da auch noch was einfrozen? Können die da mal irgendwie abfackeln oder einfrozen? Oh, ein Superpuzzle hier, oder was? Yay. Ach, ich finde das cool hier. Das ist doch einfach sweet. Oder muss man einfach lieb haben hier, ne? Oh, der Hundi war ja cool. Ach ja, wie geil ist das denn? Nach oben, auf. Alle mal hier einmal ziehen hier. Ah, bei 100 oder was? Bei 50? Wann kriegt man so ein Ding? So ein Level? Ich glaube, bei 100 Sternen kriegt man ein Level. Leben. Ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Ehrlich, ich finde es verwitzig. Ach, wie sweet. Bonus Spiel. Yay. Sprung. Was? Müssen wir machen? Müssen wir machen? Ich habe nicht gecheckt. Ich glaube, ich hätte irgendwie A drücken sollen oder so. Verdammt. Okay, jetzt haben wir da... Oh, Puzzleteile haben wir, ne? Ja. Okay. Was kann man da machen? Und so ein großes Puzzle bringt drei Puzzleteile. Okay. Füge deine Waffe Effekte hinzu. Feuer, Eis, Elektrizität und andere Effekte hinzufügen. Okay. Haha. Woi. Knusperkubbel. Ach, ist das cool. Yay. Ähm. Okay. Jetzt gehen wir zur Knusperkubbel hier. Los. Let's go. Let's play. So. So, so. Oh, was bist denn du für einer? Wollen wir dich auch haben? Yay. Tröpfli. Ist das cool. Komm, da kommt der Pippo weg. Du warst jetzt am längsten dabei. Yay. Hi. Hallo. Ich will was haben von euch. Wow. Was kannst denn du machen hier? Wie cool. Dich machen wir kaputt hier damit. Oh, das geht nicht. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich wollte es mal ausprobieren. Wir müssen mal ein bisschen hier testen, ne? Was haben wir da jetzt? Nach unten. Und dann A. Okay. Dann müssen wir aber erstmal hier hoch. Und dann A. Ah. So. Da kannst du so rutschen. Ach, das ist ja cool. Was hier? Ist das eine Feder oder irgendwas? Nee. Okay. Ui. Wow. Hilfe. Das ist ein bisschen kontraproduktiv, wenn der eine Feuer macht und der andere Eis, oder? Weg-doubled. Wir probieren das nochmal mit dem Rutschen hier. Kann man da runterrutschen, oder? Irgendwie so. Ich bin noch so ein Eis-Eis-Eismensch hier. Ui. Ui. Aua. Was ist das für ein Schneemann unterwegs hier? Ui. Ui. Ich hab's jetzt gar nicht gecheckt, was ich mach, aber. Okay. Ui. Und so ist Power hier. Sehr gut. Ui. Ich brauch ne Waffe. Ich muss einen schlucken. Ich muss so ein Schwert-Typ wieder schlucken. Ui. Ah. Hat er ihn wieder eingesaugt hier, ne? So. Was ist das? Power ablegen. Ah. Da kann man das ablegen. Okay. Okay. Runterschlucken. Und dann geb ich denen mal jetzt mein Eis-Ding da, oder? Ich hab aber keinen. Ah. Der gibt ihm dann das Wasserschwert. Ich will auch so ein Schwert haben. Ein Sprudelbummerang. Kann ich dich jetzt einsaugen? Kann ich Freunde auch einsaugen? Oder geht das nicht? Geht, glaub ich, nicht, ne? Okay. Ne. Das wird nicht gehen. Schade. Aber das Eis ist hier voll praktisch. Oder? Frozen. Ja, ich glaub, das ist perfekt, ne? Feuer gegen Eis oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch gar nicht. Eigentlich Wasser, ne? Wir müssen nochmal so ein Wasser-Dinger da einzaugen. Ich muss erstmal das Ding, glaub ich, ablegen, ne? Hier. Erstmal ablegen. Und jetzt zaugen wir da so einen Schneemann ein. Mal gucken, was der kann. Der ist auch wieder so. Ja, toll. Das war ja klar. Schneemann und Eis, ne? So. Ah. Weg damit. Rose-Power. Das sind immer so Essenssachen. Was bringen denn die Essenssachen? So. Sind wir fertig. Freunde durch Spezial-Power-Spender. Was? Yay. Müssen wir hin? Ei. Ich muss jetzt mal hier das ablegen. Ich will das mal ablegen. Ich will den mal aufsaugen. Was kann der? Oh, so ein Stein-Ding hat der, oder was? Aber das kann ich wieder nur teilen, ne? Oh, jetzt krieg ich Wasser. Ein Sprudel-Curling. Ja, bin ich jetzt, oder was? Ernsthaft? Ach, das ist nur so eine... So ein Ding. Ach, was ist denn das jetzt für ein Ding? Kann ich mich in den Zahn verwandeln, oder was? Bin ich denn unzerstörbar? Das ist ja witzig gemacht. Ich bin ein Sprudel-Curling. Die denken sich hier Sachen aus. Wie krass. Ich verwandle mich immer in was anderes Hartes. Ah, das ist auch cool. Oh, guck mal hier. So eine Steine, dann rutsche ich da runter. Das ist ja auch witzig gemacht. Guck mal, alle abräumen hier. Was ist da noch? Ist da irgendwas noch? Ist da irgendwas? Ne. Kann man das nicht kaputt machen? Mach den mal kaputt. Hier habe ich Angst. Ich bin nur ein schwerer Stein. Da können wir wieder rutschen jetzt. Yay. Sehr gut. Cool. Puzzlestücke, um Erinnerungsbilder zu verfolgen. Jenny gern. Was sind denn Erinnerungsbilder, bitte? Bitte, danke. Wir machen uns nochmal ein Stein. Aber es ist ja auch eine schöne Abwechslung, ne? Durch die verschiedenen Sachen, die man da machen kann. Wäre das ein Knopf gewesen jetzt hier, oder was? Was? Freund Power. Ich gebe mir mal eine Freund... Ah, okay. Dann kann man das jetzt hier machen. Okay, okay. Ich habe verstanden. Dankeschön. Komm. Volle Power hier jetzt wieder. Ich mache mich wieder zum Curling hier. Ist das geil. So, was kommt da oben? Für eine Wasserwelle? Weiter geht's. So. Mein Freundescode findet ihr in der Videobeschreibung übrigens, falls ihr mich adden wollt hier als Witchfreunde hier. Darunter gehen wir aber noch. Was ist da? Was ist da? Mein Ding ist weg. Verdammt. Und jetzt bitte hier. Helf mir mal. Mach mal Curling wieder. Dankeschön. Jetzt wird's ihr Tag. Danke. Wow. Du, 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 du. Ich find's cool. Yay. Wir haben das Puzzle. Boah, sind die schon wieder da? Hier. Pass mal auf. Bäm. Nein. Jetzt hab ich schon wieder verloren. Verdammte Axt. Hoch geht's mit euch. Kommt mit. Kommt mit mir. Geh mit Schweben in die Lüfte. Drücke während eines Sprungs wiederholt A, um in der Luft zu schweben. Ich weiß doch. Das hab ich mir gemerkt. Fliegen, das hab ich mir gemerkt gleich. Ey. Was ist das für eins hier? Boah. Das Curling-Ding ist schon geil, ne? Da gibt's jetzt ne Milch. Ich guck schon mal runter hier. Ey, was bist du? Bäm. Party. Der Traumpalast. Durch Verwenden eines großen Schalters wurde der Traumpalast auf der Weltkarte freigeschaltet. Okay. 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 Sind wir da schon am Ende? Ja. Sammle Vitalsterne. 100 Vitalsterne. 1 ab. Okay. Jetzt weiß man das. Gut. Danke für die Info. Also 100 Sterne. 1 Level ab hier. Äh. 1 Leben hoch. Ja. Das ist ja witzig. Jetzt find ich so ne Statue. Fertig. Yay. Hey, die waren voll cool. Sehr nice. Wirklich mal. Richtig schön. Bruno Spielstart. Was muss ich denn jetzt machen hier wieder, Mann? Yay, yay, yay. Und? Le 3 hab ich geschafft. Ich hab A gedrückt. Ich glaub, man muss am richtigen Moment A drücken, damit das funktioniert. Das ist, glaub ich, der Trick dabei. Ja. So, was gibt's hier? Puzzle. Keine Puzzle. Aber wir haben das große gefunden. Nur immerhin, ne? Okay. Müssen wir vielleicht nochmal rein. Falle durch den Boden nach unten. Okay. Alles klar. Yay. Haha. Und der Traumpalast ist doch auch frei. Honigkügel. Oh, da kriegt man ja Hunger bei dem Spiel. Ist das gemein. Traumpalast. Yay. Da gehen wir hin. Du kannst womöglich legendäre Charaktere treffen. Der Traumpalast ist jetzt freigesaltet. Oh, je. Knusperkubbel hier. Die Knusperkubbel ist die geilste, oder? Knusperkubbel. Knusperkubbel hier. Kann man hier auch noch irgendwas einsaugen, oder so? Ne. Gibt's mehrere Welten hier auch noch? Wow. Schon schön gemacht hier, ne? Dum, dum, dum. Da gibt's noch Sterne. Die helfen mit. Ich find das voll cool. Schön gemacht. Ja. Das war's aber für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn's euch gefallen hat, dass ich sowas auch mal ab und zu spiele, dann Daumen nach oben. Nicht vergessen. Und vielleicht was für ein paar so eine Hilfe. Ja. Ob ihr euch das Spiel holen wollt, oder eben nicht. Ähm. Das ist Kirby Starlice. Ich bin Daniel von SimFansty. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge, oder natürlich dann jetzt noch einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr nur mögt. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.